Ich geh halb hier hin und halb da hin. Ja, mit dem gelben hab ich auch noch. Ich komm daher mit dem 1640 da rüber noch. 50. 1640. Da kommt gleich noch jemand. Kommt daher auch noch. Ja, wir sind ja genug hier. Ich glaube 1640 hat genug. Ja, ja. Aber ich mein, er kommt ja gleich noch so 1650. Oh Gott, ne. Wie geht's denn hier? Bei dieser Sitzung ist... Marie hat so'n Pass, aber er kommt noch mit dem Handy. Weil der Kugelaccount hat und er kriegt den 13. Max! Max ruft die Domanen. Ach, scheiße. Echt? 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 Echt gehabt. rot. Der Apo, der... Wir haben hier ein Level 40er, der heißt Apo. Hey Apo, stell dich mal dazu. Apo, 1640 blau, gell? 1650 da. Ja, du hast ja meins. Hier liegen gleich eine Menge Leichen. Ja, die fangen hier aus. 1650. Hey, komm her. Komm her. Komm her. Kommt der Ronny nicht? Zwei Minuten noch, dann geht's los. Zumindest 1640 Gruppe. Kannst du auch noch eine Minute fahren. Ja, aber... Ich warte noch nicht bis 1650. Ja, musst du aber. Musst du aber. Ich muss nach Hause. Sonst muss ich heute bei dir schlafen. Deine Frau kriegt gleich Döhler und wo ist das? Ohne Zwiebeln. Mit alles. Können wir heute gehen. Gleich geht's los. Machst du Heide Jensen Gruppe aufmachen gleich. Wie machen wir eine große private Gruppe? Eine private Gruppe, oder? Ja, damit die Spruverleute hinkommen. Ich fange 1640 an. 1640 fange ich pünktlich an. Obwohl ich eigentlich... Rein theoretisch sind mir das eigentlich vollständig. Ja, du könntest theoretisch jetzt schon anfangen, oder? Ja. Soll ich? Wer muss auf Arbeit gehen dann auch? Ich mach da eine private auf, ja. Mach es an an jetzt. Drei Minuten vorher. Privat wie? Du hast doch gar kein Internet hier. Dann komm her! Bist du weit weg? Du musst dann mit rüberkommen. Ne, wo ist hierbleibe? 1650 ist der Zeit. So 1640. Die Gruppencode lautet Taupsi Pikachu Bisasam. Taupsi Pikachu Bisasam. Was hast du jetzt weiter? Taupsi Pikachu Bisasam. Oh nein. Jetzt fange ich jetzt an. Ja. Richtig. Bestätigt. Ja, lauf mal weiter weg. Wie macht man das, wenn man das kann? Ja. Bei so vielen Leuten brauche ich glaube ich nichts besonderes auszuwählen. Ich lasse das drin, was drin ist. Ich lasse das drin, was drin ist. Ich lasse einfach das drin, was drin ist. Heute ist so ein besonderer Tag. Nicht nur mir. Sondern das werdet ihr im weiteren Video sehen. Mit 1140. Ach, siehst du, jetzt habe ich vergessen. Ich wollte mal eins drin. Ja. Egal. Wo ist das Abo? Dein Kabel ist kaputt. Ja, egal. 60 Sekunden. Ich bin gleich. Ja, geht noch, geht noch nicht. Ich habe noch ein neues da. Fand sich schon an? Ja. Ja. Wohin Abo? Nein. Ja, ich mach mich mal. Sind alle 1640 Uhr Zeit drin, ne? Nein. Lass mal, lass mal. Egal. Ja, du fängst ja dann. Oh Gott. Die hoch ist 100. Sehr hoch. Nein. 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 Nein, nicht. Aber ich muss ja los. Ja. Ja. Ist jetzt drin, ja? Nein. Nein. So, jetzt geht's los. Vergiss nicht hier im Salana-Bere, gell? Guck, guck! Ich bin schon zittern. Alter. Da ist mir, du. Ja, alles ausweichen. Bei mir ist so ein Ausweichen, wenn ich ausweichen muss. Max, wirst du bei Maffi drin? Ausweichen bringt irgendwie gar nichts mehr. Sehr effektiv. Ihr habt vorher nicht mehr ausprobiert. Alles sehr gut. Mein erstes Desput, da verrägst du fast bei der Hälfte. Der ist schwach. Auch wenn du mit dem Kempst, der ist schwach. Hast du nicht gelb, Knirscher und negativ? Ja, ist halt ein bisschen steigend an der Tau. Alter, er brauchte nicht mehr die Hälfte der Zeit. Wie viele Leute? Ich muss unheimlich sagen, mein Desput hält voll lang durch. Bei mir ist es bei der Hälfte verrägt. Bei mir? Ja, bei gelb schon. Untergelb. Das geht schon gut. Oh mein Gott, ey. Neutel Rassen. Oh mein Gott, das war's doch. Boah. Jetzt. BAM! Neutel Rassen. Neutel Rassen. BAM! Neutel Rassen. Neutel Rassen. Neutel Rassen. Nach unglaublicher schnellen Zeit. Jetzt kommt der Höhepunkt. Nimm den Rassen. Nimm den Rassen. Nimm den Rassen. Nimm den Rassen. Erstaunliche 3 BD-Ber bekommen. Und? Sollst du zeigen, wie das geht ab jetzt? Ich hoffe, dass es kein gutes ist. 12 BD-Battle. Schau. 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 Ich hab nicht gerade ein besonders gutes. Aber es ist mein erstes, was will ich haben. Oh, das ist ziemlich nah dran. Dass ich eine Erinnerung hab. Was? Oh. Oh nein. Was mach ich denn? Gott, nee. Das liegt an meiner Nervosität. Ich trau mich nicht mal fabelhaft zu streifen. Werfen. Eins. Oh. Oh. Oh mein. Oh mein. Das ist so schlecht. Ja. Ja! Ja ist das Ding! Guck drauf! Guck drauf! Und jetzt kommt das geilste in diesem Video Kann ich noch sagen, was du hast? Ja, pass auf! Aber pass auf! Pass auf! Bam! Lymphetti! Richtig nice! Hallo! Aber einer in der Gruppe fängt den nicht! 92! Mit 15 lang! Ja! Und der ersten? Dritter Ball! Glückwunsch! Das ist meine Mama! Dankeschön! Ich sag mal Danke! Bitte! Jetzt kannst du auch drehen und fangen! Ich weiß gar nicht was! Womit beende ich dieses Video! Bye bye my Lord! Was sind denn nächste Woche Skaterball? Also die Gruppe Und der zweite wird folgen! Bis dann! Tschüss! Bis dann! Bäh! Ja, ich will. Ich muss mal. Ich will das hier! Ich will, als wäre es nicht so, ich will! Und das ist nicht so,